Willkommen bei Märklin MyWorld. Hier können schon die ganz Kleinen in die Welt der Modelleisenbahnen einsteigen. Einfach und kinderleicht. Ab drei Jahren. Ausbacken, aufbauen, loslegen und Fahrspaß pur erleben. Stabile, hochwertige Magnetkupplungen. Ausschließlich batteriebetriebene Züge, die spielend einfach auf Tisch- oder Fußboden einsetzbar sind. Drei Geschwindigkeitsstufen, leicht zu bedienende Lichtfunktionen und tolle Soundeffekte. Alle MyWorld Modelle sind nah am Original und fahren kabellos über das Infrarotsteuergerät. Das macht richtig Spaß. Praktische Kunststoffgleise mit einfachen Steckverbindungen geben der Fantasie viel Raum für kreative Spielideen. Sämtliche Bauteile sind robust und stark im Nehmen. Optimal für den temperamentvollen Modellbahnnachwuchs. Los geht's! Jetzt einsteigen in die spannende Modellbahnwelt zum Entdecken und Anfassen. Jede Menge Spielfreude für technikbegeisterte Eisenbahnminis. Natürlich alles in bewährter Märklin-Qualität. Verbaubar mit dem Märklin C-Gleis und in vielen tollen Startpackungen. Batterien inklusive. Achtung, Türen schließen und abfahren. Märklin MyWorld.